jo was geht meine freunde selville wieder am start heute mal wieder mit saints row get out of hell mit mir dem selville ja ich habe mein name jetzt zweimal gesagt aber black dragon ist auch mit am start und scheiß gerade mal wir haben in der letzten folge ein cut gemacht weil wir den erholungsort punkt oder wie es auch heißt nicht gefunden haben wir haben hier an dieser stelle gekattet wenn wir uns mal umdrehen und hier den sessel anschauen da muss man hin ja man ja mann wie geil Alter, so gestört. Ja, ja, die Sessel-Kalypse. So, was machen wir als nächstes? Keine Ahnung. Mal gucken. Mach mal Loyalität, Dane. Ich gehe gerade mal die ganzen neuen Sachen durch. Ich gehe mal die Richtung. Ja. Mach mal Dane, oder? Alles klar. Loyalität, Dane. Ein Abflug. Aber wir müssen wieder nach... nach... U-Tor, wie das heißt. Hm. So. Ein paar Seelendinger sammeln. Seelenschwärme. Das machst du gut. Seelensucher bekommen schon. Ja, habe ich auch gekriegt. Das machst du sehr gut. Dann muss ich das schon nicht mehr machen. Du Hure. Ich bin stolz auf dich. Der Mann muss ja die Arbeit machen. Leveln können. Immer wie nicht. Immer die kleinen Degen mit dem Wasser. Ich weiß selbst, dass das gelogen ist, aber... Ich habe mich gerade auf die Fress gerichtet. So, ich guck mal was ich pushen kann bei mir. Noch gar nichts bei Sprint und Flug. Alles klar. Mein Kreislauf. Mein Kreislauf? Wo? Kannst du pushen. Indem du rennst wie ein Depp. Geh raus und ich mach Sport, du F***. Alter. Alter. Ey, ich habe Pokémon GO gespielt. Ich bin 146 Kilometer gelaufen, ja? GG. Nicht. Ich bin da. Na, weil du Pikachu wolltest. Ja, genau. Jetzt habe ich Pikachu. Jetzt spiele ich das nicht mehr. So, ich kann jetzt glaube ich drei Sachen upgraden, wenn ich gut bin. So. Ich bin da. Aber ich mache es mir mal bequem. In meinem Sessel. Hahaha. Den ich komischerweise immer dabei habe. Braucht weniger Ausdauer. Das kann ich bei Sprint noch. Maximale Geschwindigkeit wird schneller erreicht. Nehm ich auch. Okay. Das geht bei mir noch nicht. Das geht bei mir noch nicht. Ah, da ist er. So, da gehen wir mal rein. Rein. Rein in die gute Stube. Rein. Rein in die gute Stube. Wir sind doch da. Hä? Hey. Hallo. Wir sind da. Hallo. Ah. Schon erledigt, oder? Warte mal. Ja. Ah nö. Das sind jetzt neue Ziele dabei. Ah. Was machen wir? Folterbetrug. Folterbetrug. Zum Start des Folterbetrugs. Und ich sag mir wieder die Seelen. Scheiße. Alles klar. Ich flieg schon mal weiter. Wie wir ein bisschen leveln können. So, ich bin da. Engelsflügel. Ui, neue Trophäe. So ein Sturzflug ist schon cool. Da kann man mal ein bisschen mehr Speed aufbauen. Okay. Dann start mal die Kur. Mein Rechtsanwalt, Legali. So, Ladevorgang. So, Ladevorgang. I'm gonna get this out. The heavenly father was less forgiving of Pope Gaius. Puppen. Hahahaha. Hahahaha. However, never the optimist. Hahahaha. Hahahaha. After all, while the removal of his signature dreadlocks was a disappointment, he was finally free from having 12 rounds. Wie machst du das? But while perpetual commando appealed to Tobias, he's still young ruler, and he'll tell your likes will be smuggled. Ja, das steigende, das steigende Jahre. Hahahaha. Hahahaha. Das ist das Ziel davon. Das gab's auch im Vier, das nehmt ihr irgendwie überall mit. Hi. Hi. Au. Robben ist ja schon abgeschlossen! Ich auch. Ohohohohohohoh da wird 30.000 Jahre. wo ist der nächste treffpunkt da drüben da vorne bei den blauen sterben ich habe schon 432 das ist zählt bei uns zusammen kann ich auch in so einem auto lang schrubben feuerbonus ich habe feuerbonus wird 6 ich schrub mich auf der hau da rum Was für eine Mission, Alter. Ja, das war Sicherungsbetrug. Betrugs-Airtime. Alter, ich pimmel die ganze kleine Verwaltung. Alter. Aua. 600.000 müssen wir noch hinkriegen. Das kriegen wir doch hin. Anderthalb Minuten haben wir noch. Das kriegen wir doch hin. Der Bonus ist fast aus. Glaube ich. Müssen wir jetzt so auf dem Boden rumrollen. Mit Sprinten und so. Na komm, wo kommt... Da sind die Cops. Weißt du. Komm schon. I'm gonna take my clothes. Das kann ich doch hin. Alter, 80.000. Oh, der hat fast 90.000 Jahre. Alter, gold kriegt man nämlich. Nee, gold kriegt man schafft man nicht mehr. Hä, noch muss doppelgehen wie alter 60.000. Alter, das ist wieder 70. Alter. Was ist 200.000? Wenn ich mich jetzt noch Auto mitnehmen könnte. Alter. Nee, gold kriegt man nicht mehr, oder? Alter. Alter. Ich hab grad 300.000 gehabt. Können wir doch noch schaffen mit Glück. Brauchen wir aber ganz, ganz, ganz viel Glück. Nächster Treffpunkt. Nee, komm, komm. Das wird nichts mehr, nee. Nee. Gold schafft man nicht mehr. Scheiße, so knapp. Das war jetzt echt knapp. 1,1 Millionen Hammer. Ja, es geht noch weiter, wenn wir grad in den Ding sind. Ich sehe die Zeit nicht mehr. Könnt noch, es könnt noch. Komm schon. Komm schon. Ja, Mann. Die ganze Zeit auf Null fest. Das sollte wirklich mehr colorblind-freundlich sein werden. Ja, was haben wir jetzt noch? Sollen wir noch eine machen? Ja, komm. Okay. Ja, komm. Sollte das nächste Hellenflugding da. Hellenflug und alles klar. Ich sprint einfach mal hin. Ja, es sind ja nur... Scheiße, der Auto hat mich mitgenommen. Ich fliege jetzt da hoch, weil ich springen musste. Ja, du musst sowieso kurz fliegen da. 27, seh in Schwärme. Ich hab 62. Ich kann grad nix machen. Stimmt. Leider ja. Kann ich nix machen. Ich hab in Saints Row 4 immer versucht, das Ding zu kriegen, dass ich alles auf Gold krieg. Ja, vielleicht schaffen wir's ja hier. Oh, jetzt müssen wir... Ach ja, wir müssen doch fliegen. Oh. Das war früher mit Sprinten so. Das war ebel. Kriegen wir doch hin. Brauchen wir keine Geschichte dazu. Locker, easy. Brauchen wir kein Tutorial. Oh, eine Minute 15, der Gold. Okay. Äh, okay. Komm, das krieg man hin. Logo. Sammle schon die grüne Teile ein. Ja, da krieg man Ausdauer wieder. Und die Weisen für einen Flügelschlag. Okay. Oh, ich bin in so'n komischem Rohr. Ja, da musst du durch. Ich hab grad übel Speed verloren. Weil ich irgendwo gegengetotzt bin. Aber du bist immer noch vor mir. Ajo. Versuche uns die Goldmedaille zu holen. So muss es sein. Let's go! Mehr Geschwindigkeit find ich auch nicht schlecht. Aber gut, Ausdauer, die bringt's auch. Oh Gott. Durch'n engen Tunnel. Okay, jetzt hab ich's vermasselt. Bin noch drin. Auch zwei Checkpoints hab ich. Das liegt sein Tier. Ich war mir ein. Das liegt sein Tier. Ich hab den Tunnel nicht gekriegt. Geschafft. Gold, ja man. 32 Sekunden waren noch übrig. Profi. Du bist einfach Profi. 32 Sekunden noch. Mehr Lohn. Mehr EP. Fast ein Level up. Nee, ich hab... Mir fehlt noch ein bisschen was. Uh-ha. Ein bisserle fehlt mir noch. Ah, dann gibt's an der Stelle schon einen Cut von der Zeit her. Ja, hat er gut hingepasst, ne? Ja. Ja, super. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen... Was? Wie schwul der gerade dagegen gerannt ist. Das sah gerade so aus, als ob er angepisst ist, weil wir gerade beenden. Die sind alle traurig. Ja, auf jeden Fall. Schaut beim Black Dragon. Hi, guck mir mal den... Deine Worte mich vögeln. Ja, auf jeden Fall. Schaut bei Black Dragon vorbei. Macht's gut, haut's rein und tschau tschau. Ciao.